Wir sind wieder zurück bei The Forest und haben eine ziemlich heftige Tortur hinter mir, also ich zumindest, weil mein PC abgeschmiert ist und ich musste komplett, ich war in irgendeiner anderen Höhle und musste jetzt wieder hier hinlaufen. Ja und für mich war es auch schlimm, ich musste heißen Kakao trinken und dabei Internetseiten lesen währenddessen. Und Kinderschokolade essen. Und Kinderschokolade essen, ja. Weil es ist ja quasi noch Weihnachten. Die du in dem Kakao quasi zergehen hast lassen. Hast du das schon mal probiert? Ist das geil? Hättest du mir mal gesagt, bevor die leer war. Ich stelle mir grad vor, dass das doch ziemlich geil ist, glaube ich. Ah, ich bin so doof. Ja, eigentlich schon, aber ruhig auch den Löffel. Habe ich gerade nicht hier. Hast du denn wieder abgegeben? Ich hätte nicht warten sollen. Okay. So, jetzt hast du gerade gelacht wie einer von diesen Einwohnern. Was? So, ich bin, ich bin, ich habe jetzt am See auf Tobi gewartet, ja. Ich bin ihm schon entgegengekommen. Da wusste ich noch nicht, dass er so schlechte Witze macht. Das kann man ja auch nicht ahnen. Oh, also, Erik. Schlecht war der jetzt nicht, glaube ich. Na gut, eigentlich war der, also das war schon, war schon classy, Tobi. War schon classy. So, wo ist denn die Muschi gewesen? Das war hier in der Höhle. Und das Problem ist aber, hier geht es links und rechts. Aber haben wir das schon, ach ja, stimmt, die war ja da vorne, ne? Die Mutantenrüstung war da schon rausgeschnitten vorhin, ja. Ja, ja, genau. Ich glaube, die war schon despawned oder so. Also, es geht links. Ich würde tatsächlich zuerst versuchen, nach oben zu kommen. Weil da geht es dann irgendwie runter und ich glaube, da kann man dann in die Grube, das wollen wir ja nicht. Nee, das wollen wir ja nicht. Also, das wäre ja natürlich langweilig, wenn wir jetzt Progress hätten im Spiel, ne? Nee, 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 nee. Das ist ja auch vollkommen gegen uns, das, was wir, für was wir stehen einfach. Richtig. Und vor allem können wir uns merken, okay, äh, nach unten geht es halt immer. Dann können wir wissen, okay, wir müssen immer nach unten gehen oder so tief wie möglich nach unten gehen. Ähm, keine Ahnung, was ich jetzt weiter sagen wollte, ist mir auch egal. Also, okay, da hinten sind Zelte und hier ist ein Seil. Und das kommt mir so vor, als... Oh, ach so, oh, ii. Äh. Was denn? Also, wir waren hier, ich glaube, wir waren hier... Oh, ja, fliegende Kisten, geil. Wir waren hier auf jeden Fall schon mal. Hier sind die ganzen Töpfe, die hier rumfliegen. Bei mir sind die Leichen gerade oben respawned. Und haben dabei alle geschaukelt, so richtig ekelhaft. Das sah richtig widerlich aus. Aber wenn wir hier schon waren, warum haben wir den Muschiklaus vorher nicht platt gemacht? Das ist eine gute Frage. Aber es sieht aus... Wir waren hier aber wirklich schon mal, ne, oder? Aber wenn wir hier runtergekommen sind, hier geht es ja sonst nirgendwo weiter. Dann sind wir ja sowieso da hinten lang gelaufen. Dann hätten wir den Muschiklaus ja eigentlich kriegen müssen. Eigentlich schon. Hier liegt ein Bild, das ich hier mitnehmen kann. Ja, das Problem hat man schon mal in diesem Zelt. Das... Nachher erinnere ich mich. Das ist jetzt natürlich sehr kurios, Erik. Kurios. Das heißt, wir kamen sehr wahrscheinlich von oben, oder? Ja. Würde ich auch sagen, aus dem... Wo das Seil hier herkommt. Genau. So. Boah, wie viel Tücher habe ich denn jetzt eigentlich? 160. Na ja, das geht ja. Hä, das ist noch genug Platz. Ja, dann nehme ich alles mit. Das ist doch kein Problem. Wieso kann man selber eigentlich nicht nähen? Man hat ja Zeit, hier alles zu lernen. Okay, also wir gehen mal davon aus, dass wir von hier oben kamen. Ja, kamen. Nebel. Elektra. Achso. Ich sehe, wir haben da unterschiedliche Präferenzen. Ähm. Ich habe keine Ahnung, warum wir die Muschiklaus nicht platt gemacht haben. Vielleicht war die dann noch versteckt hinter irgendwas anderem. Oder in irgendeinem Gang oder so. Keine Ahnung. Es ist der Suspekte. So, von hier kamen wir ja und jetzt geht es hier weiter. Ich glaube, hinter diesen Brettern ist nichts. Behaupte ich einfach mal. Ja, dieser Stuhl, Alter. Ein Schemel. Oh, Entschuldigung. So. Und vielleicht waren wir da unten hier auch schon. Davon ist auszugehen, Erik. Ich weiß es halt nicht, aber... Was soll ich da sagen? Wollen wir den mal beim Runterrutschen eigentlich aus, Dauber? Äh, das weiß ich nicht. Vielleicht, weil man sich doch irgendwie festhalten muss. Okay, hier geht es durch. Das ist schon mal sehr gut. Da ist ein... Habe ich gerade einen Grafikfehler gesehen? Ja, gut. Na... Ja, nein. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das gewollt. Okay. Das sieht ganz anders aus als alle anderen Höhlen hier. Auf jeden Fall ist es gut, dass man sich hier so gut orientieren kann, hier unten. Mh... Sofort habe ich im Kopf, wo und wann wir hier waren. Ähm... Muschiklaus... Zwei Muschikläuse. Ach was? Respawn die vielleicht? Ich weiß es nicht, Tobi. Sollte man meinen, ne? Also... Oh, der kommt jetzt hierher, oder? Nee. Jetzt ist er einfach gegangen! Arschloch, Klaus. Was hast du denn da geworfen? Oh ja, ein Wolli, den ich nicht angezündet habe. Oh, das ist immer gut. Der denkt sich halt ein bisschen noob, deswegen ist er jetzt sauer. Ey, Klauschen. Uuuhuauauauauauauaua. Ey. Ist hier, hier ist Abgrund, glaube ich. Ich kann hier nirgendwo hin. Ja, ich denke dir doch nicht. Alles gut. Aaaaaaaaaaaaz. Ich denke fest, du bürde Saar. Alles gut, Tobi. Alles gut. Mir gehts gut, danke dir. Vorsicht, hast du noch einen Zweiter, ne? Weißt du. Ey. Der rennt immer, wenn ich grad schieße. Kann ich mal aufhören damit? Außer ne Haut mach ich mir ne Mütze! Mach ich wirklich. Okay, warte, lass ihn zurückkommen, der soll nicht in die Schlucht fallen. Der ist aber sehr elegant in seinem Tun, oder? Wo ist denn der andere eigentlich hin? Moin! Huch! Na also... Ich glaub der ist in die Schlucht gefallen. Jaja, mit Sicherheit. Aber erstmal zieh ich mir diesen Muschiklaus an. Ich möchte gerne in ihm baden. So. Ah, ja, mhm. Ah, das fühlt sich so gut an. So eng und doch geräumig. Ah! Ja, ich grüße sie! Ja, hallo! Jetzt, seien sie doch nicht so! Das sieht ja richtig gut aus, was sie da am Kopf haben. Bitte nicht... Ich hoffe, der kommt nicht auf die Idee zu springen. Das wär jetzt echt nicht so hilfreich. Das würde niemandem helfen. Alter, voll der Mad Eagle einfach nur. So... So... Hm... Kann man die Beine eigentlich beiseite? Ich wollt mal... Erik, bitte! Man muss ja auch mal gucken, ob die Texturen detailgetreu sind. Nein! Muss man nicht! Ich würd gern wissen, wo die Babys herkommen, Tobi. Das kann dir vielleicht Dr. Summer erklären oder so. Dr. Summer? Summer! Dr. Samba! So, Mutantenrüstung gesammelt. Ich glaub, wir hatten hier... Ich war halt nur neugierig, ob der wirklich so ein... Ich mein, der muss ja... Ich glaub, wir hatten hier unten aber schon mal einen Muschi, Klaus. Ja, hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen getötet. Ich glaub, das war genau die gleiche Situation. Ja. Ja, ja, genau. Aber sie unterschied sich in einem. Hier waren wir, glaub ich, auch schon mal. Aber es unterschied sich in einem. Was? Jetzt können wir klettern und schwimmen. Das stimmt, aber hier ist halt überhaupt nichts mit Klettern und Schwimmen. Und wie? Ja, am Anfang noch so voll motiviert, so. Ah, ja, jetzt können wir überall lang. Ja. Jetzt suchen wir überall, aber wir kommen da nicht lang. Hä? Ja, hier haben wir ne Kettensäge gefunden, falls dich erinnerst. Ach, war das... Ach tatsächlich, da ist noch einen tatsächlich. Ja, also ich mein... Oh! Hui! Hm. Wieso kann man keine zwei mitnehmen? Hier ist... Hier ist Benzin. Was sagt denn die Kettensäge eigentlich benzintechnisch? Oh, ja, weißt du. Da kann ich aber auch mal, äh, hier... benutzen. Und dann nehm ich mir neues Benzin mit. Zack. Ja, das ist eine gute Idee. So. Bietet sich ja an. Ein sehr gutes Idee, Eric. Ja, sehr gerne geschehen, sehr gerne geschehen. Ja, 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 das ist sehr gute, ist sehr gute. Äh, hier lang, oder ging's dann auch anders lang? Ne, ich glaub, wir müssen wenn die hoch. Wir brauchen dringend die Map. Und ich dachte, wir hätten die schon. Ne, also ich kann mich nicht drinnen erinnern, dass wir sowas mitgenommen hätten. Verdammt. Weißt du, was ich jetzt essen könnte? Na? Entweder so'n richtig schönes Wiener Schnitzel mit Pommes. Ja. Hatte ich gestern, ja. Oder so'n richtig geiles Stück von dem Käsekuchen, den ich jetzt die Woche gebackt hab. Jetzt hasse ich dich. Alles klar, Tobi. Oh, was ist das denn? Aha. Achso, jetzt muss ich erstmal hier. So. Mit einer Hand, easy going. Ja. Was ist das Beste? Ist schon klar. So. Ich mein, ich mach das auch immer mit einer Hand. Bin ich da? Hä? Ich soll ja mal gucken, wie das bei dir aussieht. Achso, ja. Aber hey, hier waren wir jetzt aber noch nicht, ne? Guck, so sieht das aus. Mit einer Hand. Alter, bist du, du bist voll der Athlet, Alter. Du bist voll der Superheld. Wie er einfach rumspringt mit der einen Hand. Alter. Das ist ein Traum. Hier waren wir aber jetzt, glaub ich, wirklich noch nicht, ne? Ne, hier, also hier können wir theoretisch noch nicht gewesen sein, es sei denn von der anderen Seite. Es sieht natürlich auch wieder ganz anders aus als alle anderen. Aber hier liegt, guck mal, hier liegt ein vom Flugzeug. Ein, ein Stuhl. Ja, ja, gut, das muss aber nicht von unserem Flugzeug gewesen sein, ne? Achso. Obwohl das sieht relativ neu aus, sieht auch aus wie die gleiche Airline. Kann schon sein. Äh, es geht hier links und es geht hier rechts. Hier ist ganz viel Fleisch. Äh. Was denn? Hallo Tobi, hallo Tobi. Nichts. Wobei, wir haben gerade Passagiere gefunden oder so, was war da gerade? Nur Notiz? Ja. Ja. Oh, ist es schon wieder so weit? Das gab es damals, gibt es das immer noch bei Forrest, dass man Passagiere finden muss? Die beiden da vielleicht, oder die drei hier? Guck mal, es war da gerade im Ohr, hat unten linksgelb aufgeleuchtet, mit Passagiere gefunden. Hm. Oh. Äh. Guck mal hier. Oh. Null. Das ist immer neu, ne? Hä? Doch. Das ist der Fuß auf jeden. Du kannst es ja auch im Inventar kombinieren, ne? Jaja, ich hab, macht sich ja schon automatisch irgendwie. Bei mir ist das schon automatisch kombiniert, oder zumindest heile von Kimmys Spielzeug. Fehlt noch der Kopf, noch ein Bein und noch ein Arm. Mhm. Also wir haben noch ein bisschen was zu erkunden, so ist es nicht, ne? Wir waren noch nicht überall. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Oh, diese Ledermäuse! Ja, genau deswegen habe ich auch vorhin mich erschrocken. Ach, leck mich doch, ne. Neuer Eindruck auf der To-Do-Do ist hinzugefügt. Ach, hier. Okay. Erkunde Feuchtehülle. Dann weiß ich, wo wir sind. Ja. Feuchtehülle? Ach ja, hab ich auch drauf. Ich weiß, wo wir sind. So, ich mach hier auch eine gelbe hin, ne? Hä, wo sind wir denn? Ich kenn das hier nicht. Ne? Achso, das ist auf der anderen Seite von, äh, von, äh. Das ist ein, äh, ja. Wie soll ich das erklären? Es ist nicht auf der Original-Forest-Seite, sondern auf der anderen Seite. Da, wo es zum Beispiel auch Krokodile gibt und so. Also auf der Seite mit dem, eigentlich mit dem Werk. Ich weiß aber grad gar nicht, wo der ist. Das ist aber die andere Seite. Es gibt Krokodile? Es gibt auch Krokodile, ja. Und die sind sehr unangenehm. Das glaub ich wohl. Ich weiß noch, ich weiß noch, hast du Far Cry 3 gespielt? Äh, nee, den dritten nicht, nee. Boah, das ist, also bei Far Cry 3 hatte ich meinen übelsten Jumpscare überhaupt. Jemals in der Spiel. Weil das ist, also ich hab das gespielt gehabt und ich wusste nicht, dass es da Krokodile gibt im Wasser, die einen angreifen. Ja. Und bin halt so geschwommen durchs Wasser, weil ich halt vor Feinden geflüchtet bin. Mhm. Und auf einmal kommt das Krokodil da und attackiert einen. Alter, hab ich mich erschrocken. Boah. Upsi. Ich bin fast rückgängig. Was machst du da? Ich bin empört. Ich bin empört. Was, was, was tust du da? Ich erzähl dem Reh die Story mit den Krokodilen. Achso, da ist es, hat jetzt mal, oh. Gut, der Körper ist schon weggelaufen, der Kopf ist geblieben, willst du sagen. Ja. Und wem erzählst du die Story jetzt? Oder was ist das? Keine Ahnung. Ich glaube, ja. Hä, Mann, dieses Vieh. Hast du Hunger? Also hat dein Char Hunger? Nee. Höh, Krokodile. Ach nee, Quatsch, das ist ein Dings, okay. Jetzt sind ja überall Krokodile. Kann man eigentlich nicht töten? Äh, ich glaube schon. Wenn man schnell genug ist, geht das. Da muss dieser Vogel jetzt sterben. Warte. Oh, warte, warte, Erik. Ich komme, warte. Ja, ja, ja. Ich wollte nochmal hier hinten gucken. Warte, wie der Kopf da jetzt noch steht. Von dem Reh. Der hört immer noch ganz gespannt zu, wegen der Geschichte. Und er wird sie nie erfahren. Körper ist aber schon nach Hause gegangen, muss noch zur Arbeit, aber der Kopf hört zu. Manchmal kann ich das echt nachfühlen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Hm, 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 hm. Na, hier ist was los. Moin. Guten Tag. Hier, Gucci-Koffer. Ach, naja, will ich gar nicht anziehen. Hier ist der Schädel, die Sticks. Ach so, kann ich, doch, stock gesammelt geht. Stock gesammeln geht. Stöcker nehme ich mit für, äh, die Feuer Experience. Hier ist aber auch schön, ne? Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich meine, hier hätte man auch das Haus bauen können. Theoretisch. Wie das denn nur, oh, Alter, wie viel, was ist denn hier los? Was denn? Hier sind, hier sind ohne Ende, hier sind sau viele Totems. Warum? Aber so richtig viele. Vielleicht werden wir das nie erfahren. Na ja, wir können natürlich auch, äh, upsie. Wir können natürlich auch einen anderen Glauben akzeptieren lernen, ne? Alter, wie viele Schädel. Das würde auch schon gehen. Das Problem ist, Menschen können das einfach nicht. Nee, nee, nee. So. Aber wie viele Schädel gerade auf dem einen Totem drauf waren, Alter. Ja, hier auch. Ach, da sind lauter Schädel drin im Brustkorb. Vielleicht sollten wir die einfach mal stehen lassen, weil da kann man sich später noch Schädel holen, wenn man welche braucht gerade. Oh, der hat ne Kamera, Alter, iiih. Oh, oh, oh. Mmh. 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 Smackhaft. Mmh, ah. Das mit mir. Mmh. Was? Was? Wieso hast du eigentlich keinen Hunger? Ich hatte Hunger, ich hab, ich hab schon gegessen. Ach so, ja, ja, gut, dann ohne mich, ja, dann, klar, super Freund bist du, weißt du, super Freund. Äh, ich hab nen Snack gegessen, jetzt beruhig dich mal. Was? Ich steh den ganzen Tag in der Küche. Beruhig dich mal. Und warte darauf, dass mir immer was kocht. Hm. Also hier waren wir auf jeden Fall noch gar nicht, das ist halt gar nicht. Äh, das ist halt, oh, warte mal, das sind Schneebeeren, glaub ich. Sammel ich nochmal schnell. Äh, das ist die andere, quasi die andere Seite der Insel. So. Ja, das ist auch immer was Interessantes, ne, war was Neues. Eigentlich wollten wir durch Höhlen gehen. Mach ich den. Also wir können hier, wir können hier ruhig noch ein bisschen bleiben und ein bisschen erkunden, das geht natürlich, ne? Ja. Aber ich würde fast schon gerne, aber ich, ich warte mal. Ich baue mal schnell ein Zelt. Ich würde gern speichern, weil. Speichern und die Himmel voll Sterne. Ja, was sehe ich so gerne? Au, au, au. Au, 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 au. Machen diese Schneebeeren, was bringen diese Schneebeeren eigentlich? Ja, ist ja gut, dass man überhaupt, dass das überhaupt nicht übertrieben ist, was man für so ein kleines provisorisches Lager braucht, hey. Hm. Vor allem, wenn du jetzt hier speicherst, ach nee, nach dem Schlafen geht das kaputt, ne? Oder auch nach dem Schleichern, äh, Speichern. Das weiß ich nicht. Ich speichere nochmal. Ja, speichern wir. Speichern. Geil. Okay, ich speichere nochmal. Oh mein Gott, Erik. Ja, was denn? Ja, ich hab's gesehen. Kurz vorm Speichern hab ich dieses Buffet gesehen. Druck, druck. Lauf, Tobi, lauf. Okay. Du bist frei, du könntest machen, was du willst. Boah, Alter, boah. Das Schlimme ist, wir brauchen es nicht. Du kannst das Fleisch nicht mehr mitnehmen. Doch, das kann ich mitnehmen. Nein, du hast schon Fleisch. Vom anderen. Oh, da kann man noch einmal mitnehmen, oder was? Ja, du kannst vier Stück maximal tragen. Kannst du es noch mitnehmen? Nee, ich hab auch vier. Ich hab die gefunden. Dann ist es jetzt umsonst gestorben. Aber gut, es stirbt halt manchmal einfach. Das passiert halt einfach mal. Das ist halt Natur, ne? Manchmal sterben Dinge einfach. Tiere durch Motorsäge. Natürliche Todesversache Motorsäge. Das passiert halt einfach mal. Da machst du halt nix. So. Ach, da bist du ja. Wir müssen hier viel weiter ins Land des Innere, Mann. Ja, wir sind dabei. Da ist Le Berg. Wir haben immer noch die Chance, das Flugzeugvorderteil zu finden, ne? Also auch wenn wir hier rumlaufen. Das wär natürlich schon geil. Okay. Spawnt das eigentlich immer woanders, oder ist das jetzt einfach durch einen Patch vielleicht woanders da? Äh, bläh, bläh, bläh. Äh, eigentlich immer woanders. Also war immer random, hat immer so seine Locations. Ich kenn aber nur die eine, ehrlich gesagt. Die eine, die eine oder keine. Ich. Was macht mehr damage, das Katana oder die gute Axt? Das frage ich mich halt. Steht das da? Das steht doch da, oder? Schaden ist so mittel und das ist... Fast schon die Axt, ne? Ich muss mal ganz kurz gucken, Katana. Aber das Katana ist viel schneller. Hä, Schaden ist nur auf... Ja, das stimmt. Der Schaden vom Speer ist höher als vom Katana. Ja gut, aber vielleicht ist das Katana halt schneller, ne? Ja, aber dann nehme ich lieber das Speer, ganz ehrlich. Nein. Aber es gibt ja noch eine bessere Axt, die meine ich eigentlich. Ob die vielleicht noch mehr Damage macht. Wahrscheinlich ja, die ist wahrscheinlich damagevoll dann. Und vor allen Dingen, wir haben noch Zähne. Diese Zähne, die wir dir mit den Eingeborenen ausschlagen, ne? Die hast du auch im Inventar? Ja. Die kannst du an den Waffen anbringen und dann machst du mehr Damage damit. Krass. Kann ich auch nur draußen eine bezahnte Vagina machen? Das weiß ich nicht. Die Frage ist, warum solltest du das wollen? Erik, ich weiß es doch auch nicht. So, wie er wieder rumrennt da hinten. Ja, ich glaube wir sind auf der anderen Seite angekommen, der Insel. Ist schon schön, ne? Ein Gerinnsel und zwei Berge. Lalalalalalalala. Hm? Ist das so ein Kinderlied? So, da drüben ist schon Schnee. Oh, wie schnell es einfach dunkel wäre, als wenn jemand das Licht ausmacht. Mhm. Gucken wir mal hier unten, wo ein Höhleneingang ist. Ja, das habe ich auch gerade gemacht. Deswegen bin ich hier lang gelatscht. Boah, Alter, wie sieht... Ist das die Sonne oder der Mond? Ist das... Ist das Sonnenfinsternis da hinten? Oh, das sieht so aus, ne? Ja, ne? Boah, sieht schon geil aus. Cool. So, du bist in die eine Richtung, dann latsch ich mal hier in die andere. Hier sieht es irgendwie so leer aus, ne? Hier sind so... Ist zwar viel Landschaft, aber irgendwie vielen Sachen. Als wenn hier nicht weitergebaut wurde, quasi. Ja, ne? So, im Gegensatz zum Rest der Insel von Forrest ist es hier sehr karg. Karg! K... Knacki... Alter... Okay, ich brauch das eh nicht. Ähm... Oh, mein Hase! Ja, hier auch gerade. Also, ich lauf grad in die andere Richtung von dem, wo du grad gelaufen bist. Ja... Auch am Strand entlang, also... Das, was... Ja, Strand entlang, ja. Wollten mal gucken, ob's hier vielleicht... Was denn? Ich bin dezent vom Hügel gefallen und krieg sofort Schaden, Alter. Was ist das denn? Oh... Find's nicht schön. Ja, dann fall doch einfach mal vom Seil 1000 Meter in die Tiefe. Du hast keinen Schaden gekriegt, oder? Nee. Aber Gott sei Dank. War aber auch ein Bug. Das wär sonst fies... Also wär ich da gestorben... Ich wär... Ich wär schon aufgebracht gewesen. Ich hätte bestimmt einen wütenden Brief an den Entwickler geschrieben. Ist ein Totem... Ist aber auch ein stinknormales Totem, oder? Hä? Nee, das ist irgendwie ein anderes. Das ist mit dem Tierkopf ein Totem. Hä? Das ist ja... So eins... So eins hab ich noch nicht gesehen. Mit... Mit Klebeband. Oh, ich hab'n Special... Ich hab'n Special Totem gefunden. Das kann man auch nicht kaputt machen. Mit'n Tierschädel drauf. Oh nein. Hä? Aber... Okay... Oh, aber da kommt's eingebogen, ne? Ich komme. Nö, ich... Ich versteck mich einfach. Der rennt hier vorbei. Ich seh' dein Licht dahinten leuchten. Ich seh' wo du bist. Cool. Ach, der ist ja grad bei mir. Ja, da kommt einer in Richtung. Ja, moin! Oh ne, das ist ein anderer. Ich seh' sein Licht leuchten und dein Licht leuchten. I see your light shining. Mach' ich sein Licht mal aus, wa? Ja, mach' mal bitte aus. Kling, Strom ist frei. Oh, jetzt kommt der andere zu mir. Moin! Oh, das ist einer von den Weißen mit den Kreuzen bemalt. Die sind fies. Wir haben die Endstufe der Eingeborenen erreicht. Wenn die so Kreuze aufm Körper haben, dann weißt du gleich Bescheid. Boah, Alter, wie viel der frisst. Wir brauchen immer nicht die bessere Axt. Alter Schwede. Ist er tot? Boah. Ernsthaft, Tobi? Ernsthaft? Boah, Erik. Hey, hast du auch einen Schaden? Ist ja kalt hier. Das ist ein Rocket Launcher, Alter. Wenn ich mich umdrehe, guck, dann wird's zum Rocket Launcher. Oh nein! So, guck mal, hier ist ein Totum. Das gibt's ja sonst nicht im Spiel. Ach, cool. Seht's zum ersten Mal bei Forrest. Oh, kann ich hier nicht hindrücken? Ah, jetzt. Guck mal, der hat so Kreuze überall. Das sind quasi die stärksten Eingeborenen. Aber weißt du, was lustig ist? Hm? Ich glaub, auch die stärksten Eingeborenen müssten eigentlich theoretisch... Oh, das geht hier gar nicht. Oh, clever. Müssten genauso brennen eigentlich. Oh, das würde mich jetzt auch mal interessieren, ob die besser brennen, schlechter. Wir werden es erfahren. Tobi. Oh. Hoch. Ahh. Hey-yo-hum. Aha-da-da-da. Hey-yo-hum. Hey-ya-da-da-da. Tobi, was ist das denn? Oh Gott. Ii. Ii. Oh Gott. Ähm. Alter. Ii. Igitt. Ii. Was ist das? Tobi, was ist das? Ich will... Ich erhau ab, Tobi. Ich erhau ab. Alter. Was ist das denn? Alter, Ii. Oh mein Gott. Ist das noch hinter mir? Das baut sich gerade wieder auf am Strand. Igitt, was ist das? Ii. Ähm. Hilfe. Wow, ist das widerlich. Es ist hinter mir, ne? Ich weiß es nicht. Es kommt gerade in meine... Oder es ist gerade aus dem anderen gefallen wieder. Boah. Das sieht aus wie so Fleischschnecken. Ich glaube, einen habe ich gerade kaputt gemacht. Alter. Aber der Rest kommt gleich bestimmt. Igitt. Okay. Ähm, folgendes. Wow. Okay, ich muss da hinterher, Tobi. Lass mal, lass mal, lass mal gucken. Man trifft es gar nicht mit Molly. Oh doch. Ich glaube, ein paar habe ich getroffen. Ähm. Ähm. Das Geräusch hat auch... Okay. Alter, ist das widerlich. Das Geräusch hat auch... Kann man sich eigentlich Granaten basteln? Alter, ii. Boah, macht dich ein bisschen geil. Ähm. Was? Also, die vertragen nur einen Schlag und wenn man nochmal einschlägt, kommt ein Knochen raus. Nur mal so nebenbei. Äh. Okay, sammelt sich ja gerade. Igitt. Ah, okay. Wenn sich das aufbaut, kann man unten reinschließen. Und dann, dann fällt es wieder runter. Wenn dem so ein Glied in der Kette fehlt, fällt es wieder runter. Und manche, manche segeln euch das Lagerfeuer. Oh, ist das widerlich. Oh Gott, und ruckelig. Oh, Vorsicht. Oh, oh. Oh, hat es mich erwischt? Ja, mich auch. Aber ich verliere, ich kriege kein Damage dabei. Ja, ich schon. Alter, das sieht aus wie Kackwürste. Alter, ist das cool, Tobi. Ist das cool. Vorsicht. Hahaha. Man muss jemand so nur zuvorkommen, wenn er nichts zusammenbaut. Der tut einem nichts, solange der nichts macht. Also, ja. Die Einzeldinger tun einem irgendwie nichts, glaube ich. Aber... Mr. Hanky. Alter, okay. Ich glaube, das war der Letzte hier, ne? Ich glaube, wir haben es. Alter, das ist schwer. Wie krass das ist. Wie geil ist denn dieses Spiel? Wie widerlich. Alter. Weißt du, wir haben halt gerade einfach nur ums Lagerfeuer getanzt, weißt du? Ja. Da kommt dieses Riesenvieh, Alter. Und fliegt auch noch los. Hä? Alter, der Drache. Wow. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos und freudig erregt, Alter. Okay, gut. Die Knochen von dem Eingeborene haben wir jetzt nicht mehr bekommen. Oh, da kommt noch, da kommt noch eine. Ich muss dringend mal was essen. Hä, wer ist Alan jetzt? Keine Ahnung. Hä, hol mal leise jetzt. Hier, ich packe uns mal, ich habe mal zwei Steaks auf dem Grill gepackt, zur Feier des Tages, ne? Alter, ja. Ja. So. Hört ihr uns ausgelacht? Ja, oder haut's nicht ab? Vielleicht will sie auch ein Steak auf dem Feuer. Ach so. Ich würde erstmal gern was essen, bevor die angreift, weil meine Ausdauer ist nicht so gut. Alter, wie geil war das denn gerade? Boah. Boah, ich liebe dieses Game. Ich liebe den Wickler. Unterstützt die bitte unbedingt. Hallo meine Schöne. Hoch. Die hat natürlich, die Dildo-Part jetzt verpasst. Wie nennt man den? Dildo Daniel? Nee. Dildo Daniel? Ich weiß es einfach nicht. Huch, der hat direkt in den Park verloren. Oh, ja, ich habe leider keine Ausdauer. Oh doch, jetzt mal wieder Ausdauer. Hä, wieso bist du so flink? Jetzt hör mal auf jetzt. Flink? Ist das nicht diese Popsängerin? Tobi. Ach so. Bitte. Bitte. Oh, wenn du die so hältst, ne? Ich habe da echt eine gute Idee gerade. Ja, was denn? Mit einem Sperr. Ach so, hier ist noch Fleisch. Das ist angebrannt. Oh. Ich habe aber voll. Ich habe schon gegessen. Ach so, ja, dann ist es auch egal. Oh, oh. Hier, da hat sie ja Fleisch. Die wollte ja unbedingt. Ja, lecker Schmecker. Ist es schon wieder so weit, Tobi? Ist es schon wieder voll in Hände? Es ist schon wieder so weit, Erik. Was ist hier los? Guck mal, wie ich jetzt darauf Hinweise stattiere. Damit du nicht immer der Arsch bist. Ist das nicht gut? Das ist, ich bin immer noch geschockt. Ja, ja, ja. Tut mir leid, tut mir leid. Dann lecke ich doch vor allem doch mal am Kinderschokoladepapier. Ähm. Ähm. Wo ist denn der? Ach hier, da kommen zwei Stück. Moin. Wieso hassen die über nur mich? Ne, 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 die hassen nur mich. Oh, das sind drei. Vorsicht. Hallo. Ey, das sind vier. Oh. Wie viele kommen denn da noch? So viel Fleisch haben wir da noch, Freunde. Ich wollte die Folge beenden. Sag mal, Freunde. Ihr könnt doch... Oh, der Rolling Stone. Na, komm, jetzt stirb halt endlich mal. Na, also. So. So. Vorsicht. Hey, 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 mein Freund. So. Das sind aber schon so kräftig. Ja, das ist sauer, ne? Richtige Choleriker. Richtige... Oh. Und dann, das Feuer ist aus. Noch eine? Ne. Alles gut? Alles gut. Oh, hab ich jetzt das Fleisch doch draufgepackt, ich Idiot. Oh, naja. So. Gibt doch nichts Schöneres bei Sonnenaufgang. Ne. Und ganz ehrlich, hier in unserem Totem... Kann man schon mal machen. Die Frage ist nur, diese komische... Also ehrlich... Oh, da kommen noch zwei. Oh, Mann. Ähm. Das war schon ganz schön hart, den zu bekämpfen. Und die Frage ist, kommt der jetzt auch bei uns zum Haus? Das weiß ich nicht. Wir werden es bestimmt bald erleben. Wenn wir zu Hause wieder bauen. In den nächsten 50 Baufolgen. Juhu. Ja. So. Ja. 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 Gut, jetzt haben wir erstmal schnell Folgenende. Da kommen... Oh Gott, da kommen nächste vier. Alter, WTF. Äh, tschüss. Ja, so wie zum Tor... Ja, nee, komm. Das müssen wir noch jetzt machen. Oder? Nee. Ach, komm, machen wir in der nächsten Folge. Komm. Ja, gut. Da müssen wir uns aber beeilen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.